So Leute, meine Freunde, wir sind angekommen und zwar mit Asie im Jungle, ne, man kennt ihn. So, wir werden ihn jetzt etablieren, bald schon LCS ready, kann man sagen. Wir fangen an bei Cordon Bleu, müssen aber so ein bisschen aufpassen, die haben Dründe mehr. Dründe mehr? Ich hab mich für Lidl Tempo entschieden, weil mehr ist immer mehr, meistens. Da wird direkt gefragt, ist dis ranked? Asie Jungle, mit Top Lane. Ja, die Frage ist, also dieses andere Macheten-Ding kann ich halt nicht auslösen, ne, diesen Effekt. Kann ich nicht auslösen. Geht nicht, weil, ich glaube, das geht über die Soldaten nicht. Das Ding ist, kiten ist halt auch nur begrenzt, weil die sind ja hier in meiner, in meinen Soldatenland. Oh, jetzt mehr Tech-Speed, Leute, Carry-Potenzial? Geil. Ja, also es ist ne Geburt, aber Leute, aller Anfang ist schwer. Kann man so sagen, kann man genau so unterschreiben. Oh, der ist ja komplett katastrophisch, ich muss dann, okay, der kommt gleich wieder. Jetzt gehen wir Top Lane Gang, ohne alles. Oh, da sind so viele Minions, ey. Egal, let's go. Oh, hab ich schon beide was? Oh, nö, ich hab den Red Bar noch nicht. Ah, wollte gerade sagen, was passt so hier nicht. So, hier haben wir ihn, jetzt, jetzt bellern wir den um. Böller-Bam. Ich könnte, ähm, Flash-Soldat machen, aber das auch alles. Flash-Soldat, oh mein Gott! Ha, Solo! Asie! Ohne Red Bar. Ah, hier geht, glaub ich, shoppen. Wir könnten transition into... Ich flieg hier rüber, hab dann aber keine... Oh, jetzt ist noch da. Ja, ja, ja. Jetzt sehen wir sie, ein Gang, ein Gang. Ein Gang, wie er nur von mir im Buch stehen könnte. Out-Attack. Da kommt Twitch. Wir sind bald Level 6, Leute, dann können wir Sturima Place machen. Sturima Shuffle Place. Frage ist, er muss erst sichtbar sein. Let it go, let it go. Let it go. Leute, mach deinen Dings, genau den, genau den. Und... Smite! Oh, ich wollte ihn Smite killen. Okay, wir sind ignited und ein bisschen Reutengift, aber ist okay. Jetzt tanken wir ordentlich Farmen, ne, weil wir... Ne, kannst du voll vergessen, Alter. Ich glaub, der hat wohl die letzte Laterne nicht gehört. My Gangs! Was für My Farm, Alter, in welchem Zeitalter lebt er denn? Wir fragen ihn das auch direkt. In which time you live? Ich glaub, bei ihm hakt's. Also, das ist halt wirklich normal, ne? Also, wenn du als Jungler ne Lane gangst und killst, dann darfst du halt auch die Farben mitnehmen. Das ist, äh, grundgesetze, geschriebenes Grundgesetzbuch. So, jetzt haben wir ordentlich Attack Speed und gleich haben wir noch das andere Item. Das ist geil, ganz geil. Oh, wir kriegen auch nochmal... Ne, wir haben jetzt schon 20% CDR. Das heißt, wir können jetzt ordentlich Soldaten am Start haben. Das ist geil. Alter, die sollten da wirklich... Die sollten das mal machen, dass es auch slow funktioniert. Ja, ich mach grad Taunti. Nach dem Taunti bin ich da. Nach dem Taunti direkt. Direkt nach dem Taunti. So, jetzt hab ich Zeit. Ja, okay. Dann nicht. Ja, wenn er... Ja, ne? Ich hab aber auch doch gedacht, dass das so was wird, ne? Äh, ja. Frage ist, wie machen wir das hier? Dürfen wir erst ihn? Nö, wir töten ihn. Wall into Out Attack, into Blue into Out Attack. Ja, schön. I take. I take, I like. So. Sollen wir mal Akali battlen? Let's go. Lidl Tempo erstmal ausgelöst und let's go. Jetzt wird gelidelt. Okay, ich hab leider keine Wall. Wenn ich mich anspringt, dann bin ich, glaub ich, tot. Gehen Sie bitte fort. Gehen Sie fort. Okay, jetzt geht's. Ja, 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 ja. Genauso. Solo. Bin unterwegs. Let it go. Let it go. Let it go. Let's go. Go, go, go. Go. Ja, oh, das ist richtig, Sani. Passt auf Prediction into Prediction Play. Oh, mein Gott. Bam. So. Later. Oh, dass er denkt, yo. Jetzt gleich hat er Bock. Ah, no, 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 no. Mach was hier. Okay. Aber ich musste dafür gehen. Ich musste. Das war wichtig. Ich mein, okay, deren Team ist halt ein bisschen weird. Aber Twitch-Jungle ist ja das weirdeste. Twitch-Jungle ist das weirdeste. Und das klappt ja relativ gut, kann man sagen, bei denen. Also. No, 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 no. Ah! Was war das denn? Das war der... Ja, okay. Schön. Das war ja der Dschungelrasierer. Wurde gepinkt. Ja, da wurde reingepinkt. Aber das kann ja alles bedeuten. Kann bedeuten, dass ein What drin. Da ist ein Wilder Garen drin. Kann bedeuten, dass Taunti drin. Kann bedeuten, dass eine Überraschung drin. Scharf wird das in Eigenschaften. Ist hier jemand von euch angehender Geschmacksrichtungserkenner? So. What is going? Wir warten. Wir warten. Wie ein Vogel. Man kennt ja die Vogel. Wie so ein Hai. Umkreisen wir das Ziel. Wie so ein Ar... Okay, der ist top. What the fuck? Ähm, Akali würde ich betteln. Aber die kann mich tatsächlich besiegen. Sieht man. Aber die kann mich trotzdem besiegen. Okay, das war... Okay, meine Wall war halt kacke. Ich hätte mich mehr in die Mitte stellen sollen. Ich habe so gedacht, vielleicht kriege ich sie aus der Wolke rausgehauen. Ah, okay. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Ich hätte gesagt, wir können natürlich Rabaddons oder Voidini. Ja, eins der beiden Sachen. Wahrscheinlich Rabaddons. Wir könnten auch noch für... Das würde sogar perfekt passen zu den Items, die wir haben. Auf Morellen gehen. Morellen wäre auch ziemlich gut. So, wo können wir das mal? Akali habe ich noch... Äh, ich habe noch eine Rechnung offen. To have a bill open. Oh ja, bitte. Überlebt noch. Das sieht gut aus. Wo bin ich, Alter? Okay, das sieht sehr gut aus. Au! Was? Out attack. Out, okay. Hab, hab, hab. Wow! Okay, jetzt sind wir im selben Movie, oder was? Ha! Ja, brazo! Kommt schon. Nein! Nope. Okay. Da war ich, ähm, zu... Okay, wir müssen uns konzentrieren, Leute. Das ist dumm. Aber muss ja auch... Ähm, also, ja, ist jetzt die Frage. Entweder wir gehen Magic... Ich glaube, wir gehen wirklich Rühreis. Das ist auch gegen Akali gut. Jetzt sehe ich sie erst. Asiat Jungle, ja? Gude, alter Asiat Jungle. Alter, ich habe halt jeden Taunty. Das fuckt mich langsam ein bisschen ab. Weil die einfach zu lange brauchen. Zack. 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 Ja, schön. Okay, da kommt jetzt Kollege Bratenfeld. Wir machen mal hier Le Türem hin. Le Türem. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst bin ich gleich dead. Good luck. Einmal bitte dein Leben. Nein, 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 nein. So, wir brauchen auf jeden Fall Rhyles, Leute. Oh, oh, oh mein Gott. No Rhyles, no Fad. Jetzt mit Rhyles sind wir, glaube ich, über krank. Also wirklich, weil ich mache, ich mache ja übel viel Schaden. Also es ist ja echt, es ist übel krass, wie viel Schaden ich mache. Ich meine, ich bin fett, okay. Wir kaufen uns noch einen Stab. Let's go. Gehen wir rüber. Zack. Vermisst du, wer von euch den alten Ars? Also ich glaube, es ist die alte Ars, die Wall auf jeden Fall, kann man sagen. No Rhyles, no Party, Leute. Das ist ein grundsätzlicher, könnt ihr euch immer merken. Wir können wahrscheinlich jetzt auch Barrel Nusher komplett wegmelden. Gehe ich mal von aus. Das Problem ist, dass Akali mich immer noch übel One-Shotten kann. So, mein Team killt die Gegner schon wieder. Ja, GG, Red Purph ist auch da. Er ist jetzt nicht da. So, wir machen mal hier ein Wort hin. Wir warten jetzt hier, Leute. Wir müssen warten. Wie ein Hai. Da kommt schon mal ein Opfer. Ich glaube, die haben hier, es sieht irgendwie aus, als... Ja, wir sind Assassin Asie, Leute. Asie Assassin. Jetzt gehen wir von hinten ran an den Bratenfeld. Wobei das ein bisschen... Aber let's go. Ja, perfekt. Perfekt, du Letale. Schwierig, sag ich da. Schwierig. Ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir mal den Laden hier zumachen, Leute. Ab sofort hat die Krosse Krabbe 24 Stunden geöffnet. Ja, Drache, ich glaube, ich könnte... Ja, Solo Barrel nicht, aber mit einem Tank könnte ich ihn solo machen. Hast du das gehört, Taddeus? Wir dürfen arbeiten und arbeiten und arbeiten und müssen nie mehr wieder nach Hause gehen. Er brennt, er brennt. Er ist tot. Ist Akali gerade durch die Wall gedasht? Ähm, ja, das kann sein. Das liegt daran, dass die Wall jetzt halt kacke ist. Die neue Wall ist ja nur noch ein Objekt. Das heißt, die ist wie so ein Terrain. Akali kann ja über Terrain drüber springen. Und... Ja, wir könnten jetzt halt wirklich im Baron Rush und ich glaube, das geht übel schnell. Hier, let's go, komm, tankt es. Tankt es, tankt es, tankt es, tankt es. Guck dir das an! Was ist hier los? Wow! GG. Und smite. Also wenn Asi-Jungle nicht broken ist, dann I don't know this. Da ist er sogar. Schaffen wir den? Weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht, aber ich falle ihn trotzdem. Ne, weil jetzt, ich bin ja ich. Guten Tag. Okay. Stopp! Befeucht ich sterbe. Danke. Ähm, der hat Bock, die hat Bock. So, wir gehen mal eben was kaufen. Wir müssen aber trotzdem mal gucken, wir haben jetzt, ähm, Spellball in der Leute. Naja, wir gehen, äh, was kostet hier der Spaß? 2, 3, dann verkaufen wir das hier und kaufen das hier. Also jetzt müsste es halt übel krank sein. So Leute, wir müssen das jetzt mal beenden, das geht hier viel zu lang schon sowieso. Ich hab Ult. Let's go. Guten Tag. Ja. Ja, 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 ist okay. Kann man mit leben, ja. Ja. I wanna be with you. Okay. Nein, nein, nein. Okay, doch. Äh, Tower melden. Können wir auch Tower melden? Ja, können wir. Ja, was? Wow, ja, gut, okay. Ja, schön. Ich sag da. Schön. Nein, 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 nein. Nicht auf mich. Okay. Na, schöne Runde. Kann man auf jeden Fall mit leben. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Bald schon in ihrer Filiale erhält. Don't let me go. Untertitelung des ZDF, 2020